Hier ist das gute Stück. Ah, das sehe ich schon, das ist der Klassiker. Ich mache da eine neue Leitung dran, das kriegen wir hin. Wenn Sie was brauchen, ich bin gleich wieder da. Okay. Sie kommt gerade richtig, ist repariert. Oh, das ging aber schnell. Dann mache ich gleich mal eine Funktionsprüfung. Einen Moment noch, ich bekomme hier bitte noch eine Unterschrift. Kein Problem.